Ich bin Julian Eberhardt, 25 Jahre aus Saalfelden, Biathlet. Im Sport verhält es sich oft so wie in der Wirtschaft. In Zeiten höchster Beanspruchung musst du mit deiner Energie bewusst umgehen, um effizient und dadurch hoffentlich erfolgreich zu sein. Erfolgsfaktoren, Präzision, am Skistand und bei der Wahl und der Verarbeitung von wertvollen Rohstoffen. Zu seinen Entscheidungen stehen, fair und sauber sein. Egal ob als Sportler oder als Führungskraft eines Betriebes. Und das Wichtigste, man darf seine Ziele niemals aus den Augen verlieren und muss zielsicher auch durch die schwierigsten Situationen steuern. Berge versetzen kann man aber nur, wenn der Zusammenhalt im Team stimmt. Gemeinsam ist man stark. Nur mit kollegialer Wärme lässt sich die Kälte besiegen. Ob in der Läupe oder bei Steinbacher Dämmstoffe. Ich bin Julian Eberhardt. Nur wer seine Gegner vor Augen hat, wird sie besiegen.